Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Drücke 2, wieso 2? Zurück zu Schein. So, RB geht doch. Wir waren das letzte Mal hier und sollten zurückgehen. Jetzt habe ich die Steuer ge... Ah ja. Wir sollten auf jeden Fall... Hier ist ja ein Dead End und da ist mir jetzt eingefallen, dass es ja wie beim letzten Mal ist, wir müssen in das Menü gehen, auf die Karte und dann kann man einfach hier weitergehen. 2 von 5 haben wir echt nicht viel gemacht. Wechselst du zur Sackgasse? Ja, da wollen wir hin. Zur Sackgasse, was? Ja, Sackgasse. Dann wechseln wir zur Sackgasse. Ich hatte, wir waren gerade schon in der Sackgasse. Auf jeden Fall. Jetzt sehen wir hier auch ein paar Steine, das ist schon mal ganz gut. Jetzt sind die Frülle Laterne runtergefallen, ok. Stellen wir die mal hier ab. Mehr gibt es hier nicht zu sehen, ok. Dann gehen wir weiter. Komm mal runtergefallen, genau. Die müssen wir wohl hier hinstellen, ne? Und dann schätze ich mal, muss die hier hin, ne? Das sieht nicht so aus, als würde das reichen. Muss ich das verstehen? Die ist scheinbar nicht stark genug, aber wenn wir zurückgehen. Die da ist ja stärker. Ne, das ist die falsche. Wir müssen die anderen nehmen. Danke. Ja, die sahen auch stärker aus, oder? Na, easy. Guck mal. Halt, was ist denn da noch? Da oben. Ah, ne, das ist nur so ein Ding. Da war der Laterne, glaube ich, drauf, ne? Okay. Moment, ganz easy alles. Da sind genug Laternen, guck mal. Hier sind rote Wege. Wir packen mal das in die Mitte und tun mal die grünen Laternen erstmal weg. Da ist irgendwo eine grüne Lampe, da. Ah, hier sind noch mehr grüner. So, die haben wir ausgelöst, die drei haben wir ausgelöst. Die auch müsste eigentlich so gehen, ne? Nicht? Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir da rüberkommen. Ich hab ein Summelobjekt. Yay! So, wir sind auf jeden Fall oben. Das war ein einfaches Rätsel. Achso, okay. Ich muss gleich mit den Lichtern richtig hin- und herswitchen, ne? Wie geht das denn jetzt hoch? Ich will es gar nicht wissen. So, hier haben wir eh die grüne Lampe. Können wir die rote auch noch machen? Da oben ist auf jeden Fall was. Den können wir hier, hier muss eine rote Lampe drauf, aber wie soll man das machen? Gucken wir da oben irgendwie hin? Ne. Bleib mal da. Ich weiß nicht, wofür du gut bist. So, wir haben die jetzt hier. Ja, ne, ist klar. Hm? Wie mache ich das? Okay. Ich weiß es nicht. Okay. Ich brauche da oben die rote Laterne. Hilft alles nix. Die Frage ist, wie kriegen wir die? Hm. Wenn ich den da hinten noch... Ach, da hinten ist ja auch noch... Wenn ich den drehe. Nee, wie soll ich das denn machen? Wie geht denn das? Das ist ja nicht ganz so einfach, ne? Brauche ich die Laterne irgendwie da oben? Aber ich komme da nicht dran. Das einzige grüne, was wir haben, ist das da hinten. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, deswegen bin ich gerade so ruhig. Irgendwie muss ich mich hier konzentrieren, aber ich kriege es nicht hin. Also, der einzige Punkt, wo die grüne Laterne stehen, das Ganze ist da. Wenn ich den hier andrücke... Da hinten, den muss ich anmachen. Okay, da kommt jetzt hier der grüne hochgefahren. Nützt der was? Nee, eigentlich nicht, weil so schnell kann ich nicht darüber... Nee, das muss ich nicht. Aber da oben, die rote, dann bekommt er auch nicht dran. Soll ich den kriegen? Zurück komme ich nicht. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, also ein bisschen. Also hier muss ja irgendwie die rote Teilen, die ist aber da oben, da komme ich also nicht dran. Ich verstehe es nicht, ich weiß noch nicht, wofür die anderen roten Dinger hier sind. Sobald kann ich ja leider nicht hüpfen. Sobald tüpfst er nicht. Wir brauchen also den roten Feuer. Aber die kriegt er oben nicht runter, keine Chance. Ich wüsste nicht wie. Ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe es gerade nicht. Aber gerade ist es so einfach jetzt und jetzt so richtig tricky ist. Erstmal alles dazu von hier mit rot und grün. Warum sind diese grünen Käfer da eigentlich? Das muss doch irgendwie anders lösbar sein. Vielleicht so. Geht ja nicht, kommen wir nicht richtig da rein. Ich verstehe es nicht. Ich blicke es momentan nicht, das ist echt nicht so einfach. Nein, nicht springen. Du darfst da nicht springen, du musst einfach drauflaufen, vielleicht geht das. Irgendwie verstehe ich das Rätsel noch nicht so. ganz. Man hat keine Chance, da so schnell drauf zu kommen. Es geht einfach nicht. Aber ich komme auch nicht an die zweite Saterne ran. Und zurückspringen? Ich kann ja versuchen. kann ich hier oben durch, runter? Nein. also die muss ja also die muss ja eindeutig hier hin. Das überdeckt das leider. Jetzt kommt nicht rechtzeitig wieder rauf. Kannst du mal vergessen. wenn ich denn wüsste, was hier verkehrt ist. Ich muss doch irgendwie da hinten eine rote Lampe hinstellen, aber ich habe keine rote Lampe. Da oben ist doch eine rote Lampe, aber da komme ich ja nicht hin. Es gibt ja nichts zum hochspringen. Boah, Epilepsie, 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 so. Ich verstehe es nicht. Ich fliege es nicht. Ah, nee. Ich muss diese rote Lampe da oben irgendwie haben. Ich weiß aber nicht, wie ich da ran kommen soll. No fucking way. Okay, stell die mal dahin und dann gehen wir wieder weg. Suchen wir hier alles mit rot ab. Nix. Mit grün. Nix. Ich bin grad echt, äh... Confused. Ah! Hm. Das geht nicht. Man kann... Das... Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Also nochmal. Ich tue jetzt den einfach da hinlegen. Ich mache den hier an. Und zwar so, dass alles an ist. Dass beide sich drehen. Okay, und jetzt renne ich vorwärts. Mach den aus. Und sterbe endlich. Ich verstehe dieses Rätsel grad nicht. So, da kommt der raus. Der bringt uns aber nicht viel. Wenn wir den mittleren auch brauchen. Den kriegen wir aber nur, wenn wir dann eine grüne Laterne stehen haben. Ich muss da oben an die rote Laterne ran. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich verstehe nicht wie. Aber die coolen Laterne brauche ich doch trotzdem wieder, ne? So, du kommst jetzt da hin. Danke. Dich nehmen wir mit. Oh mein Gott, ey. Problem ist, wenn ich jetzt den roten Ding anmache. So kann ich es anmachen. Okay, okay, aber ich brauche den roten nicht da hinten. Ich brauche den eher hier. Moment, jetzt fehlt mir der grüne hier vorne wieder, ne? Der kommt ja hoch, wenn ich so rum. Das heißt, ich brauche die Lampe eigentlich hier. Ich gehe ja nicht anders. So. Kann ich dieses Zahnrotter auslösen? Okay, weiter kann ich nicht gehen. Aber eine zweite roten Lampe gab es doch nirgendwo, ne? Das schaffe ich ja nicht. Da kann ich ja nicht hin. Das andere Zahnrotter gibt es ja hier nicht, ne? Ach, ich habe jetzt die grüne Teller wieder aufgehoben. Ich bin auch so ein Depp. Kann ich ja nicht aber so hoch. Ne. Man muss echt diesen Weg machen, okay. Ich glaube nicht, dass da hier noch ein rotes Zahnrotter irgendwo ist. Nein. Also ganz ruhig. Wir brauchen den hier auf jeden Fall hier, damit der erste hoch fährt. Jetzt klauen wir wieder den. Den brauchen wir auf jeden Fall hier. Hm. Der draufsteht, dann fällt es ihn ja runter. Das ist das Problem. Aber dann habe ich den da hinten. Aber welcher löst das denn eigentlich aus? Der Vorderer oder der Hintere? Ist das der, der das auslöst? Nee, ist der Vorderer, der das auslöst. Aber das reicht ja nicht. Es reicht nicht. Aber ich kann auch nicht von hier aus rüberlaufen. Muss ich auch nicht. Nee. Ja, stirbt doch einfach. Wieso ist das Rätsel denn so fucking schwer? Also manchmal sind die Rätsel echt ein bisschen abartig. Problem ist, wenn ich hier die Vorderen nehme, komme ich einfach nicht weiter. Ich könnte zum Beispiel den nehmen. Aber dann fehlt der da. Was ist denn, wenn ich den hier hinstelle? den grünen genau da rein. So. Das sieht so an sich schon mal nicht schlecht aus. Ach so, dann ist der nicht da oben. Ach guck mal, das versuche ich noch einmal. Ich will noch ein bisschen längere Folge, das mal. was wollte ich machen? Ich wollte den hier hinstellen. Dann löst er schon mal die beiden aus. So. Der hier muss natürlich genau so, dass er natürlich hier das Zahnrad noch auslöst. Ich glaube doch nicht, die rote Lampe ist zu schwach, oder was? So. Und hier ist es wahrscheinlich kein. Da ist kein. Ich habe keine Ahnung. Wir überlegen uns mal was. Ich mache das irgendwie und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.